Also, hier habe ich den Jeremia und er ist jetzt ein paar Wochen bei der Linda gewesen und hat sich wirklich super erholt. Er hat 5 Kilo zugenommen und das sieht man auch. Er schaut wirklich fantastisch und wunderschön aus. Und er bekommt jetzt dieses Spezialfutter, das ihm gut tut, das er gut verträgt und das er jetzt einmal eine Zeit lang nehmen soll. Und die Hoffnung ist, dass er davon wegkommt. Also wenn er diese Phase übertaucht, wo er gleich wieder in Durchfall kommt, dann kann er auch wieder auf Normalfutter umsteigen. Also jetzt muss er mal zunehmen und er muss schauen, dass da ein Durchfall, also wir sehen hier seine Häufchen, Entschuldigung, dass ich das aufs Video nehme, aber wichtig ist das alles. Er hat keinen Durchfall, es geht ihm wirklich super und er schaut ganz toll aus und ist ein super toller, netter und wunderschöner Rüder. Der sicher auf der Straße gestorben wäre, wenn wir ihn nicht geholt hätten.